Ein wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Freitag, der 10. Dezember. Mein Name ist Carlos Martins. Wir hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unserem morgendlichen DAX Trade Forum. Aktuell 15.560. Wir haben ein Gap bei 15.600. Das heißt, wir platzieren die erste Order, die sogenannte Big Number Order auf der rechten Seite. Bei 15.607 gehen wir long. Bei 15.592, wenn der Kurs dahin läuft, würden wir mit der Falle Short gehen. Wir bleiben wie immer jeden Morgen einmal auf diesem Chart, gucken uns den gestrigen Tag im Schnelldurchlaufen an. So, den Autoscolperten an. Und da sehen wir 21er Box, 29er Box im frühen Abend. Und hier sind dann die Premium Boxen. 18er Box. Wir sehen hier 16 gelaufen. 17 und dann oben rausgegangen. 20er Box messen wir mal ab. Ja, die hat auch ein bisschen länger gebraucht hier. Also gestern Nachmittag waren die Märkte relativ ruhig. Das haben wir gestern früh gemacht. Sollen wir mal, wie die Märkte heute agieren und wie wir darauf reagieren. Wohler Box gestern. Wir haben hier, den Trade haben wir gemacht. Hier unten. Und dann war jetzt auch der Mittagspause. Dann gab es hier nochmal ein, zwei gute, gute Trades. Wo kommt die Wohler Box heute rein? Das wollen wir uns gleich einmal anschauen. So. Wohler Box kommt rein bei 15.610. 15.610. Das heißt, wir sind hier bei der Big Number. Also beim Hedge-Auflösung 95 short, 10 long. Das ist echt ein Big Number Trade. Also schauen wir uns das Ganze nachher an. Oder Kurs reinläuft. Und wir gehen wie jeden Morgen jetzt einmal in die großen Zeitebenen rein. Und starten heute ganz unten bei den Kryptos. Und fangen an bei Ethereum. Vorlage, Zickzack-Linie. Arbeiten uns von unten heute hoch. So, ISA, Daily Long. 4 Stunden short. Stunde short. 30 short. 15 short. Gestern Abverkauf. 5 Minuten auch short. Also Ethereum aktuell auch Richtung Süden. Bitcoin. Daily short. 4 Stunden short. Stunde short. 30 short. 15 short. Und 5 Minuten auch short. Also da sind wir auch im Winter angelangt. Bei dem Kryptowinter aktuell. Gehen wir weiter nach oben. Nächster Markt ist dann der Dow Jones. Daily Long. 4 Stunden long. Stunde long. 30 long. 15 long. Und 5 Minuten auch long. S&P 500. Daily long. 4 Stunden long. 4 Stunden long. Long short. Long. 30 short. 15 short. Und 5 Minuten aktuell long. Gold. Daily short. 4 Stunden short. Stunde short. 30 short. 15 short. Und 5 Minuten auch short. Dax. Und hier bitte nochmal der Hinweis für alle Box-Trader. Heute bitte nicht den DAX mit Swissbox übers Wochenende halten. Rechtzeitig schließen. Dadurch, dass wir im DAX, das habt ihr auch per Mail bekommen, den DAX 30 auf 40 endlich umschalten. Den Kürzel. Ja, bitte ich dann keine Boxen übers Wochenende zu halten im DAX 30. Dankeschön. Daily. Das werde ich nachher nochmal sagen. Daily short. 4 Stunden short. Stunde short. 30 short. 15 short. Und 5 Minuten ausschaut im DAX. So. Da wissen wir, wo die Reise hingeht. Vielleicht erstmal Gap Close und dann nochmal Etage tiefer. Der Eröffnung. 13. Es bildet sich eine orangene Box aus. 6. 5. 4. 3. 2. Und los geht's. Und wir sehen, oben kann ich alles schließen. Big Number wird geschlossen, weil wir hier eine Orvola Box haben. Die werden wir aktualisieren. Und dann gehen wir auf eine Etage tiefer. 15. 5. Big Number 15. 5. 5. Wir sind in ein MTX Box Trade eingestiegen. 15,586 Long. 72 Short. Die gestrichelte Linie zeigt uns unser Gewinnziel an. Im dritten Trade in der Aufschaukelung. Das ist dann der erste Trade. So, wir sehen jetzt auch, da kommt ein Signalfall, auch für eventuell ein Gegensignal. 58. Wir wissen, um die 50 ist unser Ausstieg. 57 aktuell. So, und raus. Das war der Eröffnungs-Trade im dritten mit MTX und auch nochmal A4 alle. Wir platzieren dann bei dem Long Setup direkt dort die Box. So, lassen den Trade dann laufen. Und normalerweise geht es im ersten oder zweiten auch hier in den Gewinn. Heute mal, weil es ein bisschen wohl hat vieler als im dritten. Das ist aber alles noch Wellness-Boxen. Ich verabschiede mich für unser Video-Tagebuch. Das war der Eröffnung-Trade. In den Bola Box-Trade bin ich nicht reingekommen. Und im Blue Box-Trade hier, Blue Box-Trade bin ich auch nicht reingekommen. Das ist ärgerlich. Und der Markt geht jetzt wieder Richtung Süden. Und der Markt geht jetzt wieder Richtung Süden. Okay, wenn ihr die Wola Box bekommen habt, dann könnt ihr doch zufrieden sein. Also wer die Wola Box bekommen hat, dann Happy New Year, Happy Trading, Happy Pips. Ich bin leider nicht reingekommen. Dax kommt wieder zurück. Noch hat er seine 26 Punkte nicht Minimum erreicht. Also gucken wir mal. Wenn er zurückkommt. 15,586 Long, 15,571 Short. Short im ersten. Und dann. ordinar废iert mich für ein Jewish��stück. Und dann er?? Das goичес stand euer. Ich rücke weiterverkommt. ich swig ein. Achse singst du hier in der Kirche. Tschüss. Vorschau. Und dann geht das auch. Wie kommt dann in die Kirche. Ich rege micheletium. Und dann kannst du Anna in die Kirche. die Kircheotte descon. Ich ratte dich. Vielen Dank. Vielen Dank.